hallo liebe fußballfreunde willkommen auf werners fußballecke ja da es vielen leuten gestern spaß gemacht hat mein logo quiz kommt heute der zweite teil also heute wieder viele vereine wo ich die wappen verändert habe ja dann viel spaß die wappen verändert habe ja dann viel spaß gemacht hat Bis zum nächsten Mal. 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 Ja liebe Freunde, das war's für heute. Hat euch das Quiz auch Spaß gemacht? Wie viel habt ihr richtig? Schreibt's wie immer in den Kommentaren und nicht vergessen, meinen Fußballkanal zu abonnieren. Bis dann. Tschüss.